Grüß euch! Nächster Tag, nächste Übung. Heute machen wir wieder einmal eine Beinübung und zwar Kniebeugen mit Zug von oben. In dem Fall habe ich der Handtuch bei einer Tür eingehängt, kann aber auch ein Seil oder Gummi sein. Und es geht darum, dass wir eben von oben den Zug haben und dann ins volle Gelenk reingehen. Durch den Zug von oben wird das Gelenk entlastet. Es ist aber ganz, ganz, ganz wichtig, dieser tiefe Kniewinkel, um den Knorpel in allen Winkeln zu ernähren und eben einen Reiz zu geben und dadurch zu ernähren. Da passiert dann ganz viel im Knorpel und generell für das Gelenk ist es einfach wichtig. Wir sind ja das nicht mehr gewohnt, wenn wir nur mehr sitzen und nicht tief aus wie 90 Grad gehen. Aber somit ziehen wir uns auf, können mithelfen, so viel wie wir brauchen, so wenig wie nötig. Und machen wir das einfach 50 Mal.